Hallo und herzlich willkommen zum ersten Impulsvortrag der konfrontativen Themenreihe im Wissensgarten. Es geht also heute um das Thema Wahr oder Falsch, also den steinigen Pfad zu einer objektiven Wahrheit beziehungsweise einer fundierten Meinung. Und da sind wir auch beim Thema, auch dieser Impulsvortrag ist meine persönliche Meinung. Als erstes möchte ich noch darauf hinweisen, diese Präsentation könnt ihr frei erhalten, wo ihr die finden könnt. Das ist im Link unterhalb von dem Video mit dargestellt. Das ist auch der Grund, warum ich ein bisschen mehr Text mit in die Folien genommen habe, dass man die Präsentation auch ohne das ganze Video anschauen kann, einigermaßen verstehen, nachvollziehen, erinnern kann. Am Anfang stehen ein paar trockene Begriffsdefinitionen einfach, um das Bewusstsein zu schaffen. Wir sprechen über das Gleiche, wenn wir bestimmte Begriffe verwenden. Also wir haben dabei immer die Definition der Wikipedia verwendet, die sind dann entsprechend hier verlinkt. Und Wahrheit ist demnach die Übereinstimmung von Aussagen oder Urteilen mit einem Sachverhalt, einer Tatsache oder der Wirklichkeit im Sinne einer korrekten Wiedergabe. Im Weiteren wird unter Wahrheit auch die Übereinstimmung einer Äußerung mit einer Absicht verstanden. Stellt sich natürlich nur die Frage, woran erkenne ich eine hundertprozentige Wahrheit? Gibt es diese überhaupt? Und wenn ja, wo und wie und wie viel ist die wahr? Und da macht es meiner Meinung nach Sinn, zu unterscheiden zwischen solchen Themen wie Mathe, Physik, Naturwissenschaften, Technik, Medizin, Chemie, Biologie. Dort hat es in den letzten 2000 Jahren sehr deutliche Fortschritte gegeben. Wahrscheinlich wegen dieser wiederholbaren Ursache-Wirkung-Beziehung. Das heißt, es ist eher eine Tatsachenwissenschaft, wo der Wahrheitsgehalt relativ zuverlässig ist, bis eben ein Modell durch ein noch Besseres ersetzt wird. Der zweite Bereich ist der der Sozialwissenschaften, der Politwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, Religionswissenschaften. Dort sind die Fortschritte zum Beispiel bei Themen wie Recht und Gerechtigkeit, sozialer Gerechtigkeit, Krieg und Frieden, Armut und Wohlstand, faire Verteilung der globalen Ressourcen, Lohn und Leistung oder Zufriedenheit und persönliches Glück. In den letzten 2000 Jahren meiner Meinung nach deutlich bescheidener, als es zum Beispiel die Tatsachenwissenschaft erreicht hat. Deswegen ist das für mich eher dieses gebildete Raten, die begründete Vermutung, also das, was die Engländer unter Educated Guests verstehen. Deswegen auch für mich so dieses Bild dieser ratenden Wissenschaft. Das heißt, der Wahrheitsgehalt ist dort eher unzuverlässiger. Es hat also viel mehr mit Vertrauenssache zu tun, welcher derzeitigen Wahrheit ich gerade vertraue und welche ich für richtig ansehe. Fakten sind natürlich Wahrheit, wenn sie bewiesen sind, aber das gilt dann auch nur für den Fakt selber. Also zum Beispiel die Person ist tot. Es sagt noch nichts darüber aus, was nun die Ursache dafür ist, wer verantwortlich ist, ob das hätte geändert sein können oder ähnliches. So und das Letzte ist dann diese zweite Aussage der Definition. Das heißt, stimmt eine Äußerung mit der Absicht überein? Also stimmt das, was ich einer Person sage, so wie ich es gesagt habe? Oder verfolge ich damit eine andere Absicht oder Zielsetzung? Das ist sehr oft nicht überprüfbar. Der Wahrheitsgehalt ist also eher ungewiss. Das ist also auch was, was sehr mit Vertrauenssache zu tun hat, ob ich so einer Information dann glaube oder nicht. Da kommen wir jetzt auch zu dem anderen Bereich, also Falsch, Irrtum oder Lüge. Falsch ist das Gegenteil der Echtheit, der Ehrlichkeit, der Korrektheit, der Richtigkeit, der Wahrhaftigkeit und eben auch der Wahrheit. Dann macht es Sinn, dort zwischen Irrtum und Lüge zu unterscheiden. Also der Irrtum bezeichnet eine falsche Annahme, Meinung oder Glaube, Klammer noch Irrglaube, wobei der Senden, der jeweils das Falsche für richtig hält. Das heißt, der, der es erzählt oder die, die es erzählt, glaubt da dran, was er erzählt. Eine Lüge im Gegensatz dazu ist eine Aussage, von der der Sender, der Lügner weiß oder vermutet, dass sie unwahr ist und die mit Absicht geäußert wird, sodass der Empfänger sie glaubt. Da kommen wir dann zu den Unterscheidungen Manipulation, Desinformation und Propaganda. Ja, Manipulation im psychologischen, soziologischen und politischen Sinn bedeutet die gezielte und verdeckte Einflussnahme, welche auf eine Steuerung des Erlebens und Verhaltens von Einzelnen und Personen zielen und diesen verborgen bleiben soll. Die Desinformation dagegen ist das gezielte Verbreiten von Falschinformationen. Bei Manipulation ist ja erstmal nur dieses Manipulieren, egal ob mit falschen oder richtigen Informationen. Desinformation ist das gezielte Verbreiten von Falschinformationen, dessen Ziel ist, die Gesellschaft, einzelne Gruppen oder Einzelpersonen im Sinne politischer oder wirtschaftlicher Interessen zu täuschen. Also Desinformation ist entweder eine direkte Lüge, was heutzutage seltener vorkommt, oder sie besteht indirekt aus subtiler Unterdrückung, Verschweigen oder Ablenken von überprüfbaren Fakten oder indem falsche Meinungen impliziert werden. Und das ist wahrscheinlich die häufigste Form der Desinformation, der wir heute begegnen. Dazu gehört auch die Frage, hier unten ist eine halbe Wahrheit eine ganze Lüge oder hat sogar Fritz Rindhofer recht mit der Aussage, die halben Wahrheiten sind schlimmer als eine ganze Lüge. Das kann sich jeder selber eine Meinung dazu bilden. Und als dritten Punkt gibt es dazu noch die Propaganda, die bezeichnet zielgerichtete Versuche, politische Meinungen oder öffentliche Sichtweisen zu formen, Erkenntnisse zu manipulieren und das Verhalten in eine von den Propagandisten oder Herrscher erwünschte Richtung zu steuern. Also Propaganda sagt noch nicht, dass es Falschinformation ist, sondern es sagt aus, ich versuche die öffentliche Meinung oder die von Personen in eine mir genehme Richtung zu steuern. Dass das Thema wahr oder falsch auch fürs Wissensmanagement, also meinen beruflichen Bereich sehr interessant ist, gibt es dazu natürlich auch im Wissensmanagement MOOC mehrere Themen. Die zwei besten und informativsten dazu sind die beiden Vorträge von Stefan Zillig. Zum einen Desinformationen, in Klammern Fake News, aufdecken und einordnen. Hier geht es darum, wie man den Glaubwürdigkeitsgehalt von Informationen einschätzen und bewerten kann. Also wie war es eine Information selber? Und die zweite ist mindestens genauso wichtig. Wie beeinflussen uns eigene kognitive Verzerrungen bei der Wahrnehmung, Einschätzung und Bewertung von Informationen? Inwieweit werten wir also Informationen für uns falsch aufgrund unserer kognitiven Verzerrung, was im Vortrag M.D. Trutan Illusion kognitive Verzerrung ausführlich behandelt wird? Ich kann das nur beide Videos allen empfehlen. Das ist eine neutrale fachliche Auseinandersetzung zur Erkennung des Wahrheitsgehaltes von Informationen. Eines der wichtigsten Hilfsmittel zum Erkennen von Desinformation, die uns Stefan in seinem ersten Video vorschlägt, ist dieses SheetSheet. Ich habe jetzt bloß mal das Bild hier reingenommen, was die Fragen, die ich mir in bestimmten Situationen stellen soll, zusammenfasst. Ich möchte nicht tiefer jetzt darauf eingehen, weil das ist hier unten verlinkt. Da kann man sich ausführlich die Originalerklärung von Stefan dazu anhören. Ich finde es sehr hilfreich, um Informationen hinsichtlich ihres Wahrheitsgehaltes zu bewerten. Hier habe ich jetzt aus dem zweiten Video nochmal ein paar dieser kognitiven Verzerrungen, die verschiedenen Effekte mit herausgenommen. Noch ausführlicher und vollständiger, auch noch mit mehr Effekten, ist das Ganze in der Aufzeichnung von dem zweiten Video gesehen. Das ist hier unten verlinkt. Aber ich dachte, es ist ganz wichtig, hier mal ein paar Effekte wenigstens mal rauszunehmen. Zum Beispiel den naiven Realismus. Also wir glauben fest daran, dass wir die Welt objektiv und unvoreingenommen sehen, so wie ich auch selber. Und die anderen können das weniger gut verstehen als ich. Dann der Vogelstrauß-Effekt. Also negative Zusammenhänge wollen wir lieber nicht sehen. Oder den Bestätigungsfehler. Wir bevorzugen Dinge, die unsere Überzeugung bestätigen. Also und so weiter. Ich will es mal hier bestehen lassen. Der andere könnte ja hier durchlesen. Auf jeden Fall ist es spannend, sich über die eigenen kognitiven Verzerrungen klar zu werden und eventuell auch die Methoden anzuwenden, um diese zu minimieren. Was auch im Video von Stefan über die kognitiven Verzerrungen entsprechend verlinkt ist. Aber hier lohnt es sich auch noch mal in Ruhe kurz darüber nachzudenken. Was sind konkrete Methoden, diese Verzerrungen zu minimieren bei einem selber? Ist zum einen die Entscheidungsprozesse bewusst zu verlangsamen. Dann natürlich die eigenen Gründe für Entscheidungen zu überdenken. Was ganz wichtig ist, auch die eigene Perspektive zu wechseln. Finde ich persönlich sehr wichtig. Dann kulturelle Stereotype zu hinterfragen. Dann auch das eigene Wissen über eigene Schwächen und Schwachpunkte. Dann selbstverständlich die Übung und die Fitness im Umgang mit Informationen. Und wer mich kennt, natürlich das kritische Denken über Informationen, die ich erhalte, ist dann extrem wichtig für mich zum Beispiel. Ein Thema wollte ich gerne noch mit reinnehmen, weil ich das auch in dem Zusammenhang für sehr wichtig finde. Das ist, wir reden bei diesen globalen Themen häufig von komplexen Problemen. So, inwieweit einfache Lösungen für komplexe Probleme sinnvoll sind, ist wahrscheinlich eine Diskussion für sich. Die entscheidende Frage ist mehr, wer entscheidet, was richtig oder falsch ist. Was sind die Lösungen, die funktionieren? Und bei komplexen Problemen haben wir immer das Risiko des Butterfly-Effekts. Ich habe den jetzt hier verlinkt, kann jeder im Detail anschauen. Im Grunde genommen ist die Aussage die, kann ein Flügelschlag von einem Schmetterling an einer Seite der Welt eine Katastrophe oder ein Hurricane auf der anderen Seite der Welt auslösen. Können also kleine Änderungen zu einer extrem großen, unerwarteten Änderung in einem ganz anderen Bereich führen, wo wir das nicht eben erwartet haben. Das nächste ist dieses Thema, viele Wege führen nach Rom und welche Wege für komplexe Probleme am besten geeignet waren, sieht man meistens erst hinterher aus, hinterher abschätzbar. Also ist ein guter Ansatz, eine möglichst hohe Vielfalt an Wegen, an Vorgehensweisen zur Lösung dieser Probleme zuzulassen, die immer wieder kritisch zu reflektieren und dann der Gruppe der Lösungen, die wahrscheinlich sich am positivsten auswirken, das zu folgen. Aber am Anfang sich auf einfache, einzelne Lösungen festzulegen und die anderen entsprechend zu unterdrücken, ist meist keine gute Idee bei der Lösung komplexer Probleme. Die Folie habe ich reingenommen, weil das zentrale Thema im Wissensmanagement ist auch immer die Unterscheidung zwischen Information und Wissen. Wir erhalten viele Informationen, aber das Wissen entsteht tatsächlich zwischen unseren beiden Ohren. Das soll dieses Bild hier verdeutlichen. Das heißt, auf der Basis von der Information, von der Erfahrung, den Erlebnissen, der Praxis, die ich gerade habe, verbunden mit der Sozialisierung, die ich mein bisheriges Leben genossen habe und dem Vorwissen, was ich habe. Das heißt, jeder Kopf erzeugt aus der gleichen Information ein anderes Ergebnis, anderes persönliches Wissen. Also je nachdem, wie die Sozialisierung und die ganze Konstituierung ist, hat jeder danach nach der gleichen Information ein anderes Bild im Kopf. Das sollen die folgenden beiden Beispiele mal zeigen. Das erste Beispiel zur Desinformation, da habe ich mal die Meisterin zu diesem Thema dazugenommen, die Annalena Baerbock, mit der Aussage, am Krieg in der Ukraine ist ganz allein Russland schuld. Die Wessis glauben, ja logisch, Russland war schon immer böse. Denn ein Ossi oder ein Chemnitzer weiß, nein, das ist unmöglich, das ist Quatsch, die Aussage. Das Ergebnis der Desinformation durch ein manipulatives Weglassen ist, der Ossi verliert weiter Vertrauen in Politik und Medien, falls seine Reste da waren und die Spaltung der Gesellschaft nimmt weiter zu. Jetzt habe ich noch mal ein Beispiel dazugenommen, wo unsere Außenministerin mal die Wahrheit sagt, dass es mehr Waffen beenden den Krieg schneller. Die Wessis glauben, ja klar, wenn Annalena Baerbock das sagt. Und der Ossi oder der Chemnitzer stimmt in dem Fall auch zu und sagt, ja, ein Atomkrieg geht wirklich schneller. Das Ergebnis dieser Wahrheit ist, Wessi und Ossi stimmen beide zu. Was gut ist, der Ukraine-Krieg ist sehr schnell beendet und die Klimaerwärmung sofort in eine Eiszeit transformiert. Also danke, Annalena. Ein zweites Beispiel für Desinformation soll mal die Aussage sein, wahrscheinlich haben die Russen Nord Stream zerstört. Jeder kennt das, das haben alle öffentlich-rechtlichen Medien, die Bundesregierung und auch ein Großteil der anderen Medien in diese Richtung berichtet, gleich nachdem die Pipelines gesprengt worden sind, inklusive dem Versprechen der Bundesregierung für volle Aufklärung. Und was ist das Ergebnis von so einer Aussage? Die Wessis glauben, ja logisch, Russland, wer sonst? Und ein Ossi in Chemnitz verweist natürlich, nein, das ist total sinnfrei, das kann nicht sein. Das Ergebnis der Desinformation durch manipulatives Weglassen ist wiederum, der Ossi verliert weiter Vertrauen in Politik und Medien, falls das überhaupt noch möglich ist. Und die Spaltung der Gesellschaft nimmt noch weiter zu. Dann die sehr wahrscheinliche Wahrheit zu diesem Beispiel ist die, der Pulitzer-Preisträger Simo Hersh, der also schon das Massaker von Mai Lai im Vietnamkrieg publik gemacht hat, der maßgeblich mit an der Aufklärung vom Watergate-Skandal beteiligt war, der einen Gefangenenmissbrauch in Abu Ghraib im Irak bekannt gemacht hat. Der hat gesagt, die USA und Norwegen haben Nord Stream gesprengt. Auf die Frage, ob Erkenntnisse dazu vorlegen, wer der Urheber der Explosion sein könnte, hat daraufhin das Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck, Grüne, geantwortet, Was ist das Ergebnis des Ganzen? Die Wessis glauben, USA unmöglich, das sind unsere Freunde, das ist also eine Lüge. Der Ossi und Chemnitzer weiß, das klingt logisch und glaubwürdig. Zwar hat er nur eine Quelle dazu, aber die Bundesregierung mauert, die USA dementieren sofort und die Medien suchen das Haar in der Suppe. Also das ist wahrscheinlich die Wahrheit, sogar sehr wahrscheinlich die Wahrheit. Das Ergebnis dieser Wahrheit wiederum ist, der Ossi hat spätestens jetzt die Politik und Medien komplett abgehakt. Der Wessi ist glücklich, aber die Spaltung der Gesellschaft nimmt weiter zu. Also vielen Dank, Robert Habeck. Ich werde häufiger gefragt, warum ich immer bloß Meinungsbeiträge veröffentliche und das ist ganz einfach erklärt. Ich habe hier mal das Budget der ARD in 2021 rausgenommen. Die hatten also 6,9 Milliarden Euro zur Verfügung in dem Jahr, um ihre Aufgaben als öffentlich-rechtlicher Rundfunk wahrzunehmen und darin natürlich auch zu recherchieren, seriöses Journalistenarbeit zu leisten und halt objektiv die Bevölkerung zu informieren. Eine weitere wichtige Quelle für Wahrheit, Fakten, Tatsachen sind normalerweise die Forschung an unseren Hochschulen und Universitäten. Die hatten dafür in 2022 insgesamt ein Budget von 35,3 Milliarden. Auf der anderen Seite stehe ich als Einzelperson, der es natürlich unmöglich ist, die Fakten zu recherchieren aus Gründen von Zeit, Geld. Ich habe nicht den Quellenzugang, wie das zum Beispiel erfahrene Journalisten haben. Es ist eine riesen Themenvielfalt, zu der man sich nicht alleine alles erkundigen kann. Hinzu kommt eben das schon mehrfach angesprochene Problem der pillenden, seriösen und objektiven Quellen. Also der öffentliche Rundfunk ist ja durch seine Desinformation quasi komplett rausgefallen und hat das Vertrauen verspielt, was vielleicht mal da gewesen ist. Und das führt dazu, ich muss halt meine eigene Wissensbildung so gestalten, wie ich es bis zur Wende gelernt habe, also über dieses Educated Guest-Ansatz, über die Erfahrung, das Vorwissen, die Plausibilität von Informationen, die man bekommt. Und das kann immer nur eine Meinung sein und kein Fakt. Und deswegen sind meins Meinungsbeiträge und diejenigen, die das hören, sollten selber nachdenken, das selber bewerten und sagen, was nehmen sie als wahr, was bilden sie für sich selber als Wissen ab und was ist Blödsinn, was ich erzähle. Und jetzt kommen wir dazu, warum wir diese konfrontativen Methoden für den Wissensgarten, für die Themen jetzt einsetzen. Die Ziele erstmal sind, der weiteren Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken, dann eine angemessene Meinungsfreiheit zu unterstützen oder überhaupt wieder erstmal zu ermöglichen, die um sich greifende Cancel Culture zu reduzieren, entsprechende Denkverbote, die daraus resultieren, zu bekämpfen und diese Beleidigungs- und Verunglimpfungskultur gerechter zu thematisieren. Wir nutzen diese konfrontativen Methoden mit der Absicht, Teilnehmerinnen dazu zu bringen, ihre Komfortzone zu verlassen, eigene Überzeugungen zu hinterfragen, dann auch gegensätzliche Positionen wieder zuzulassen und zukünftig neue Informationen mit wachem Verstand kritisch zu hinterfragen. Also es geht insgesamt um einen intelligenteren Umgang mit Wissen. Also jede und jeder sollte mitdenken und selbst wahr und falsch erkennen für sich entscheiden und das zu jedem Thema und zu jeder Information, die er oder sie erhält. Das zweite ist auch, ich nenne es die Andrea Nahles-Begründung. Also für mich wurde eine neue Ebene der öffentlichen Kommunikation durch die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles aufgestoßen, als sie eine andere Parteivorsitzende im Bundestag öffentlich als Nazi-Schlampe bezeichnet hat. Das Ganze wurde begeistert gefeiert von Rot-Grün. Kurze Zeit später ging das los, dass Renate Künast ein Riesen-Mimimi aufgemacht hat über Beleidigungen ihr gegenüber in sozialen Netzwerken. Und da haben auch Rot-Grün alle ihr beigestanden, haben das genauso gesehen als Riesenproblem und so weiter. Ich persönlich fand das extrem lächerlich und scheinheilig, weil Renate Künast ja mit zu der Gruppe gehört hat, die den ersten Stein geworfen hat, als dieses Nazi-Schlampe-Thema von Andrea Nahles angesprochen wurde. Was auch zu dieser Thematik gehört, ist, dass die Verfolgung von geistig Behinderten, jeder kann mal nach Drachenlord googeln, dann weiß er, welches Beispiel ich meine, heutzutage als völlig okay wahrgenommen wird, wenn diese geistig Behinderten die falsche Meinung haben. Dann ist es in Ordnung, wenn Zehntausende online und in der realen Welt so ein Mobbing bis in den Tod betreiben. Und das auch noch als Spaß. Also man kann das beim Drachenlord, wenn man das eingibt und googelt, sehr genau verfolgen. Da regt sich keiner von Rot-Grün darüber auf, da regnen sich keine Medien auf. Es gibt aber auf der anderen Seite einen riesen Mimimi und einen riesen Aufschrei in Medien und in diesen Politikerkreisen, die ich oben genannt habe, vor allen Dingen Rot-Grün, wenn es Mahnwachen vor Häusern von Ministern oder Ministerinnen gibt, während auf der anderen Seite wiederum Veröffentlichung von Adresslisten politischer Gegner am rechten Rand wieder von derselben Gruppe bejubelt werden. Und diese Doppelmoral wird flächendeckend mitgetragen und gedeckt von deutschen Medien, insbesondere auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mir ist das egal, was hier wer für politische Sachen verfolgt. Aber ich sage, die Basis der Behandlung muss gleich sein. Entweder wir wollen diese Diffamierung und Beleidigung nicht haben, dann haben wir das aber vor allen Dingen auch im Bundestag zu unterlassen oder wir gestatten das auch der anderen Seite. Aber diese Doppelmoral zu sagen, was ich mache, das ist alles richtig und ich kann das tun, nur die anderen nicht, das finde ich falsch. Ein weiteres Beispiel, was ähnliches zeigt, ist für mich das Thema Edwards-Noten. Es gibt wohl kaum eine Person auf dieser Welt, die aus politischen Gründen und wegen Verfolgung im Heimatland eher Asyl verdient hätte als er, ist aber bei uns in Deutschland ein komplettes No-Way. Keine Chance, dass er politisches Asyl bei uns bekommt. Daraus stellt sich natürlich die Frage, welche politisch Verfolgten werden in Deutschland aufgenommen und welche werden nicht aufgenommen. Zu dem Thema gehört auch jetzt diese Liste Hans-Christian Ströbele, Boris Palmer, Sarah Wagenknecht, Elon Musk, Thilo Sarrazin, Hans-Georg Maaßen, die von Traumtänzern mit Realitätsverweigerung, also sogenannten westdeutschen Herrenmenschen, verfolgt und gecancelt werden, nur weil sie in einem Bereich zu einem Thema die angeblich falsche Meinung haben und diese geäußert haben. Auf der anderen Seite gibt es eben Karrieren und Belohnungen für Versager, Betrüger und Versagerinnen sowie eine Frauenquote, trotz unglaublicher Inkompetenz und Negativvorbild in der Politik. Hier nenne ich mal nur die Namen Ursula von der Leyen, Franziska Giffey, Adalena Baerbock, Andrea Nahles, die also quasi als Belohnung für ihre Nazi-Schlampe-Innovation jetzt Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit geworden ist. Das sind Dinge, die werden wohlwollend begleitet und bejubelt durch deutsche Medien, insbesondere auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, während ich das extrem bedenklich finde, diese Entwicklung und diese Doppelmoral, die hier auftritt. Was auch hin dazu gehört ist, dass ca. 2% der Menschen, die am lautesten schreien und eben nicht nur schreien, sondern auch gewalttätig werden und gegen Gesetze verstoßen, die bekommen ihren Willen. Also frei nach dem Motto, je unsinniger, desto egal. Und woher kommt dieses Problem in einer theoretischen Demokratie? Haben nur noch Menschen mit einem bestimmten engen Mindset aus einer Blase in den letzten 40 Jahren Journalismus studiert oder sind Politikerinnen geworden? Herrscht diese Blase inzwischen über die gesamte Medienlandschaft, außer in den sozialen Medien? Oder sind hauptsächlich die Führungskräfte in Medien und Politik so gesteuert, so blasenkonform, machtgeil und oder korrupt, dass die Ausrichtung der Medien totalitär geworden ist? Was noch dazu gehört ist, dass Vernunft, die leise spricht, komplett ignoriert wird, sowohl durch die Politik als auch durch die Medien in Deutschland. Und das führt natürlich zu gravierenden Fehlentwicklungen mit Negativkonsequenzen für uns alle in ganz vielen Bereichen. Was noch dazu kommt, ist, dass Fehler vertuschen und niemals zugeben die einzige Vorgehensweise ist, die Politik, Schreihälze und Medien heutzutage noch kennen. Und solche Vorbilder sind für die gesamte Gesellschaft schlecht, sehr schlecht sogar. Deswegen gibt es auch diese jetzige Wissensgarten-Strategie in der Richtung, die Vernunft muss ebenfalls lauter werden. Warum gehen die Themen vom Wissensgarten jetzt etwas mehr in den politischen Bereich? Das hängt auch damit zusammen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk jetzt zum Schwarzen Kanal verkommen ist. Für die, die das nicht mehr wissen, das war der dunkelste Propagandasender der DDR mit Karl-Edohard von Schnitz. Aber gegen Heute Plus oder das Heute-Journal-Update des ZDFs zum Beispiel war der Schwarze Kanal extrem seriös und objektiv. Und das finde ich schon ziemlich übel. Als Ossi bis 1989, wenn man nicht im Tal der Ahnungslosen groß geworden ist, ist man so sozialisiert, dass man 19.30 Uhr die aktuelle Kamera, die Nachrichten der DDR angeschaut hat, um 20 Uhr die Tagesschau, die Nachrichten der BRD. und hat dabei die persönliche Erfahrung erlebt, beide Seiten desinformieren und hauen mir die Taschen voll. Es war also ganz logisch und selbstverständlich, die Wahrheit muss man sich selber denken, selber finden und für sich selber herauskristallisieren. Heute haben wir eine Situation, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die Politik wie im Gleichschritt zusammen desinformierend exerzieren. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk klatscht und eskortiert nur noch die Politik, ohne seine Rolle als kritischer, recherchierender Instanz auch nur noch annähernd gerecht zu werden. Das Problem, was daraus beruht, ist, die Wessis glauben die Desinformation, die Ossis, die den Schwarzen Kanal noch kennen, natürlich nicht. Das führt zu einer immer stärkeren Spaltung der Gesellschaft in die Propaganda-Opfer, die Wessis, und die frustrierten, die Ossis. Ein Ergebnis von dem Ganzen ist zum Beispiel der Krieg in der Ukraine, jetzt als erster Erfolg und dass ein Atomkrieg bereits realistischer geworden ist als zur Kuba-Krise. Dazu kommt noch eine weitere Verarmung der Bevölkerung und vielleicht in vier, fünf, zehn Jahren, dass wir die Situation zum Bürgerkrieg erreichen. Ein weiteres Thema ist natürlich, dass für den Erfolg des Kampfes gegen die Klimaerwärmung der Ukraine-Krieg wahrscheinlich schon der Todesstoß ist, weil dafür hätte es eine Einheit von allen Völkern dieser Erde benötigt und nicht den Aufbau eines neuen Blocksystems, wie wir das zum Kalten Krieg kannten. Deswegen denke ich, dass mit der Klimaerwärmung die auf zwei Grad oder zweieinhalb Grad zu beschränken, geschweige denn auf 1,5 Grad, können wir vergessen. Und die Ursache liegt jetzt darin, dass wir es zu dem Ukraine-Krieg haben kommen lassen. Ein weiterer negative Effekt ist die Cancel-Culture, die Berufsverbote und die Bekämpfung der Meinungsfreiheit, die kontinuierlich zunehmen. Und dazu kommen noch die Ausgrenzung und die Diskriminierung wegen falschen Meinungen, die selbstverständlich und in Wurkenkreisen zur Pflicht geworden sind. Außerdem waren wir uns mal einig, dass es Herrenmenschen in Deutschland nie wieder geben sollte. Und viele haben sich sogar gefragt, wie konnte es jemals so weit kommen? Und nun haben wir das doch zurück, und zwar als die westeuropäischen oder westdeutschen Herrenmenschen. Genauer ist das Ganze erklärt im Video Stoppt den Ukraine-Krieg sofort ab Minute 27, 28. Das ist hier verlinkt unter diesem Link. Das heißt, diesen Wurkenweg in sozialer Armut, Klimakatastrophe, Deindustrialisierung, Diktatur der westdeutschen Herrenmenschen und Atomkrieg, den möchte ich gerne stören. Und wie viel Wahrheit in dieser Meinung steckt und was sarkastische Übertreibung ist, das überlasse ich euch, diskutiert mit, bildet euch eure eigene Meinung dazu. Der zweite Punkt, worüber ich diskutieren möchte, ist zu dem Thema Cancel Culture. Damit du nicht gecancelt wirst, musst du Krieg und Waffen fordern, alle außer Heteros verehren, das ist meine Abkürzung für diese lange Abkürzung, wo jedes Vierteljahr ein neuer Buchstabe hinzukommt. Und natürlich solltest du selbst kein Hetero sein. Bei der Diskriminierung von Ossis und alten weißen Männern solltest du einen Orgasmus bekommen. Du solltest dich vor Sternchen und Doppelpunkten als Krönung der Gleichberechtigung und deutschen Sprache verneigen. Du solltest die Lösung des Welthungers im Containern erkennen. In der Klimaerwärmung solltest du den Weltuntergang und die Apokalypse sehen. Du solltest selbst westlicher Herrnmensch sein oder diese zumindest bewundern. Du solltest Islamisten lieben und vor allem alles Russische, besonders russische Menschen hassen. Du solltest die sofortige Beseitigung der Klimaerwärmung in einem Atomkrieg sehen. Du musst Migranten wie Götter anbeten. Du solltest Gruppi von Menschen werden, die nie arbeiten. Ganz wichtig ist auch, du solltest lebenslange Ferien für alle als tragfähiges Wirtschaftsmodell favorisieren. Und ganz klar 100% vegane Busse, Straßenbahnen und Fahrräder bis 2030 erwarten. Du solltest Entwicklungsländern helfen, indem du ihre Fachkräfte abwürbst. Und ganz wichtig Annalena Baerbock als Krönung der Schöpfung und als Führerin der WHM anerkennen. Und auf jeden Fall solltest du Menschen wie mich als ein alter, weiser Mann, ein Ossi aus Sachsen und noch dazu aus Chemnitz verachten. Und außerdem solltest du für Werte die Welt und andere Menschen opfern. Mir persönlich ist diese Liste zu lang, deswegen sage ich kentelt mich. Aber ich möchte noch sagen, unser Wissensgarten ist für alle inklusive Heteros bzw. Kensen Culture Free. Also herzlich willkommen. Und das soll auch der Übergang sein zu der Frage, was ist deine Meinung? Ist es wirklich so übel oder ist es noch viel schlimmer? Für den Fall, dass du keine eigene Meinung dazu hast, habe ich hier nochmal einen alternativen Song verlinkt. Der heißt Gehirn amputiert von Neuland von 1982. Könnt ihr euch gerne anhören. Die zweite Strophe habe ich ja rechts mal mit eingebunden. Und ich habe auch noch ergänzend, vielleicht als Verständnishilfe für Wessis, nochmal meine Neuausgrüße aus diesem Jahr verlinkt. Also jetzt freue ich mich auf eine angeregte Diskussion und danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.